Wenn man Menschen, die Israel nicht so gut kennen, fragen würde, womit sie Israel politisch assoziieren, dann würden die meisten wohl spontan antworten, rechtskonservativ, nationalistisch, religiös. Aber Achtung, Israel ist kompliziert und widersprüchlich. Der jüdische Staat wurde doch eigentlich von den Arbeiterbewegungen in ihren verschiedenen Erscheinungsformen erkämpft und aufgebaut. Und die waren natürlich sozialistisch, atheistisch, internationalistisch. Der 1. Mai ist ein Anlass und ein Mittel, um daran zu erinnern und um das ein wenig zu beleuchten. Heutzutage kann man den 1. Mai in Israel fast gar nicht mehr wahrnehmen. Und der 1. Mai war hier auch nie ein staatlicher Feiertag, aber früher war er das fast. Die jüdischen Einwanderer zu Beginn des 20. Jahrhunderts kamen zum Großteil aus Osteuropa. Sie waren jung und sie brachten neben ihren zionistischen auch sozialistische Ideale mit. Ab den 1920er Jahren, also lange vor der Staatsgründung, in der Zeit des britischen Mandats, blieben am 1. Mai von Jahr zu Jahr immer mehr Betriebe geschlossen. Und ab Mitte der 1930er Jahre war der 1. Mai schon für die meisten Arbeiter und Angestellten ein freier Tag. Sie konnten zu den Aufmärschen und Versammlungen und Festen gehen, die immer größere Dimensionen bekamen. Man war hier im Heiligen Land und im Orient, aber der 1. Mai wurde nach und nach zu einem der wichtigsten Feiertage im Land. Man sang die Internationale, es gab rote Flaggen und Bänder und Plakate mit sozialistischen Parolen und es gab sogar Bilder von Karl Marx. In den frühen 1940er Jahren waren bei der Mai-Parade in Tel Aviv 50.000 Menschen dabei und weitere Tausende marschierten in anderen Städten im Land und das zu einer Zeit, als hier nur rund 500.000 Juden lebten. Nach der Staatsgründung 1948 wurde die Tradition fortgesetzt. Der 1. Mai blieb für viele ein arbeitsfreier Tag, aber mit den Jahren gab es dann immer weniger Versammlungen mit immer weniger Teilnehmern. Nur in den 1980er Jahren gab es dann noch einmal ein Auflacker, nachdem zum ersten Mal die Rechte in Israel die Wahlen gewonnen hatte. Die Linke wollte ihre Stärke demonstrieren und sie konnte damals wieder einige hunderttausend Menschen für ihre Mai-Feiern mobilisieren. Der Niedergang hatte verschiedene Gründe. Die Sowjetunion mit ihrem kommunistischen Block war zur Feind in Israels geworden und ihre Symbole waren nicht mehr populär. Die sozialistischen und kommunistischen Parteien in Israel waren untereinander zerstritten und organisierten separate Paraden und ganz allgemein schien dieses Kundgebungsritual einfach nicht mehr dem Zeitgeist zu entsprechen. Aber die Geschichte des 1. Mai in Israel spiegelt wieder, dass Israel viel linkes politisches Erbgut hat. Der Gründervater David Ben-Gurion und seine Weggefährten sollen in Lenin ein Vorbild gesehen haben. In Israel wurde mit den landwirtschaftlichen Kollektiven, dem berühmten Kibbutzim, in Miniaturform das wohl reinste und gelungenste Modell des Kommunismus realisiert. In den ersten 29 Jahren Israels hat die Arbeiterpartei alle Wahlen gewonnen. Der mächtige Gewerkschaftsbund Histat Rut war über Jahrzehnte vor und nach der Staatsgründung der dominante Aufbau- und Wirtschaftsfaktor. Und Israel ist ein Sozialstaat mit Leistungen wie Mindesturlaub, Arbeitslosengeld, allgemeiner Krankenversicherung, Kindergeld, Mutterschutz und so weiter. Freilich, im Jahr 2022 marschieren am 1. Mai in Israel nur noch ganz wenige. Aber immerhin, in drei israelischen Städten gibt es eine Straße des 1. Mai. Freilich, im Jahr 2022 marsch Raum oder siectoralst du US пар Ihren Airlines haben. So mit sieben aug alcohol gibt es eine Straße des 1. Mai in Israel.